So, heute fange ich schon mit der Seitenverkleidung an. Dafür ist diese Seite hier schon mal Mode. Das heißt, ich werde die heute machen. Da habe ich eine prima Schablone, um das dann nachzuschneiden. Ich habe dann auch schon Sperrholz besorgt dafür. 4 mm Kiefern-Sperrholz. Die werde ich hier mal anpacken. Mal schauen, wie es aussieht. Und wenn das passt, dann werde ich das nachher wieder abnehmen und dann auch schon mal lasieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.